Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Lord Ausgelith is overrun. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen, die mein Befehl dritter Seiten. Niederprestige, treulöser Feiglinge! Ist das Feiglinge? Verhalten, Verzahner! Von da rein! Das ist der schlimmste Verwalt für mich! Verratter! Who let the dolls out? Who let the dolls out? Who let the dolls out? Well, the party was nice, the party was bumpin' up. And everybody havin' a bar. And the girls respond to the car. Who let the dolls out? Who let the dolls out? Au rei! Who... ��? Qui… Qui- 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 The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the infinity stones, Er kann das mit dem Schnapp von seinen Fingern machen. Just so. Tell me his name again. Thanos. Wir haben eine Vorteile. Er kommt zu uns. Wir haben was Thanos zu machen, so das ist das, was wir nutzen. Wir sprechen über dieses Plan, hierherz. Ich denke, es ist gut, aber es tut. Also, ich mache das Plan, und dann wird es wirklich gut sein. Wow. Der Ende ist näher. Wenn ich fertig bin, half of humanity will still exist. Er ist. Er ist hier. Untertitelung. BR 2018 No, you can't come in, you've come to the rollhouse. I thought you said that. Ha 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 ha! No! You miserable rat! I was going to give it to you. Curse you! Curse you! Curse you! Curse you! Das war ein Befehl!